Was hätten Sie denn gerne? Ja, so ein Weihnachtsbratapfel. Sind die frisch? Die haben wir gerade frisch gemacht. Ja, dann kriege ich doch bitte einen. Mit oder ohne Vanillesauce? Ja, mit Vanillesauce, klar. Das ist einmal ein richtig Schmankerl. Ja, stellen wir es einmal schnell daher. Jetzt schon, haben wir eine mit Nuss-Marzipan-Füllung. Rein vegan, bisschen Vanillesauce dazu. Ein Schmankerl. Sieht einmal gut aus. Wow. Was haben Sie da für Äpfel? Das sind spezielle Bio-Äpfel aus Südtirol. Topaz vom Feinsten. Mhh, der ist lecker. Ah, sehr fein. Natürlich können Sie probieren. Kommen Sie her. Ja, dann hängen Sie nur noch nicht ganz schön. Das ist noch stuppig. Und? Ja, also da kannst du was essen. Also altbayerische Spezialitäten. Hier in der Christkinebad. Top number one. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020